Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Neue EU-Kommission stellt sich zur Wahl. Das Europaparlament stimmt über das Team der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen ab. Wird das Personalpaket mit einfacher Mehrheit bestätigt, kann von der Leyen mit 26 Kommissaren am 1. Dezember die Arbeit aufnehmen. Kanzlerin Merkel spricht in Haushaltsdebatte des Bundestags. Traditionell wird bei der Aussprache über den Etat des Kanzleramtes über den Kurs der Regierung gestritten. Als größte Oppositionsfraktion hat zunächst die AfD das Wort. Papst räumt Finanzskandal ein. Während des Rückflugs von seinem Japan-Besuch sagte Franziskus, im Vatikan seien Dinge geschehen, die nicht sauber erschienen. Fünf Mitarbeiter der Kurie sollen Kirchenspenden u.a. für Immobiliengeschäfte in London verwendet haben. Sie wurden vom Dienst suspendiert. Zahl der Toten bei Erdbeben in Albanien auf 23 gestiegen. Verletzt wurden mehr als 600 Menschen. In der Nacht suchten Rettungsmannschaften in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Die Regierung hat für heute Staatstrauer ausgerufen. Deutsche Erfolge in der Champions League. Bayern München gewinnt in Belgrad mit 6 zu 0. Lewandowski erzielte 4 Tore. Bayer Leverkusen siegte in Moskau mit 2 zu 0. Das Wetter, viele Wolken, nur zwischendurch mal Sonne und zeitweise Regen oder Schauer. Vom Westen und Südwesten bis in die Mitte windig, im Bergland auch stürmisch. 6 bis 15 Grad. Sägenz. 8 bis 15 Grad.